hallo zusammen herzlich willkommen zurück zu journey of a roach das ist super das ist geil ich hab's nicht mit aufhören ich kann ja nichts für ich habe gerade noch eben gesagt die rennt ja hier im kreis entlang ja wir müssen den block irgendwie verschieben und dann etwas weiter vor schieben habe ich mich hier hingestellt habe versucht ihn zu verschieben und wenn ich die aufgehalten habe dann nimmt die dann anscheinend immer extra anlauf und pop ist sie reingefloppt naja jedenfalls endlich ist er aufgekommen zufällig so jetzt will ich mir angucken was sie da oben für ein rotes symbol hat die fliege die dann mal wegfliegt die idee da ist doch irgendwas rotes kann ich mit dir irgendwas machen ne ich dachte da wäre irgendwas rotes okay die landet halt immer auf dem teppich ich müsste mit dem teppich irgendwas machen vermutlich klebstoff auf den teppich aber den kann ich ja nicht aufnehmen weil ich würde mich verheddern rattlesnake da würde ich jetzt immer noch denken dass die doch am liebsten vielleicht zu einer maus hinterher laufen würde oder die braucht futter aber fliegen fressen nun mal keine mäuse deshalb weiß ich nicht was ich damit machen soll das geht nicht das geht auch nicht mit dem flugzeug kann ich sicherlich das habe ich auch schon extra probiert ich blick's nicht behemoth kennt das spiel ja der könnte mir auch ruhig mal helfen aber kann ich die fliege da jetzt eigentlich aufnehmen ja jetzt kann ich sie aufnehmen irgendwie kann ich nicht ach so warte mal ich das inventar noch habe zock so nee dann packen wir die doch mal da rein so dass wir die beiden haben gereicht oder wie katzenfutter ach was da schau her ja da geht auch was dann machen wir das katzenfutter wahrscheinlich erst auf denke ich mir und zwar sieht auch nach dosenöffner aus naja jetzt nicht machen wir das katzenfutter mit der nähmaschine auf oder mal die ganz harte methode alles klar so geht es auch okay alles klar dann packen wir das da rein dankeschön so nächste fliege ich kann auch nur fünf sachen aufnehmen läuft und was hat sie mir zu sagen nein sie hat immer noch diesen befehls ton so ja okay fassen wir auf jeden fall nicht an das stimmt das ist ein guter donation ton und dann dieses so mal gucken ob wir mit dem becher jetzt mit dem deckel hier an der an dem farb aber was werden können nee warum nicht ne auch nicht sich jetzt ja gedacht ne vielleicht was machen damit ich meine da könnte das für den ideale kreissäge oder sowas abgeben ja ich weiß ich hab den deckel vom katzenfutter hat mir schon klar na komm muss doch gehen der kurze blub ja der blub sound war ein bisschen wenig fand ich da müsste ich dann noch mal rein und die musik ausstellen dann hat man auch die geräusche einzeln und der ventilator ist ein bisschen laut hier so schwierig kann es jetzt ja nicht sein können wir das netz irgendwie wieder kriegen vielleicht nein auch nicht okay die nähmaschine hat definitiv ausgedient das ding ist noch nicht fertig hier das ding ist noch nicht fertig sonst würde hier der kreis nicht mehr sein was mache ich denn damit ne kann man die was die tappen rolle was welche tappen wenn sie hinten das die im eimer nee dann wäre da so ein dreieck drüber ich würde sagen ich kann doch mit dem deckel hier irgendwas da muss doch was gehen ne alles was ein dreieck hat und ich sehe nur noch ein moment was hast du denn da jetzt pack weg nein gib mir jetzt weg da mit dem dialog da wo kommt die denn jetzt her oh was soll ich denn echt jetzt habe ich fünf mäuse muss ich die alle miteinander kombinieren jetzt oder was was mache ich denn mit der das also die sieht das so aus wie die kombination aus den anderen oder nicht okay was mache ich denn damit ich erkenne den sinn da drin nicht gerade oh jungs was mache ich denn damit erzähl es mir item 3 und 4 gehören zusammen 1 2 3 ja da würde ich auch von ausgehen dass sie zusammen gehören aber ich kriege sie ich kann sie nicht miteinander kombinieren geht nicht wie du siehst ich würde sagen die gehören alle alle zusammen empfinde ich gerade als schwierig irgendwie ich kann hier ja Elipathien Tipp hier geben seit wann klemmt die denn am ventilator jetzt äh 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 kaktus gleich fliege muss ich nicht verstehen oder äh äh den verstehe ich nicht äh 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 ein kaktus oder was soll das sein äh äh so ich kann sie direkt anklicken seit wann nj Oh, ein Trichter, Boxhandschuhe? Ehrlich? Noch ein Besen? Ne, ein Pinsel. Ach, ein Pinsel, endlich. Was denn? Oh, nein. Oh, ne, nicht ne Waschmaschine. Ach, Jungs. Ah, ähm, wer denn hier? Hä? Muss ich jetzt das da draufziehen oder was? Och, ne, echt? Das sieht ja komisch aus. Okay. Ja, Moment, die... Hm? Hä? Ja, und? Bitte was? Bitte? Und nun? Hä? Ne? Oh, macht mich doch nicht verrückt hier. Die gehört aber nicht hin. Ne. Ja, die gehört daheim. Auch wenn die Spitze fehlt. Und hier fehlt auch noch was. Ach, ne, das ist das Flugzeug. Ja, und nun? Ist nicht ganz richtig. Da fehlen noch Sachen. Ich muss da noch Sachen mitmachen. Kann ich tiefer binden hier? Auch nicht. Äh. Ja, vielleicht fehlt mir auch noch eine Maus. Vielleicht aber auch nicht. Gut, jetzt haben wir nächsten kurzen Weg. Okay, erstmal nehmen wir hier den Pinsel. So, dankeschön. So, jetzt gehen wir mit dem Pinsel zum Teppich. Überhauptlich mal. Alles klar. So. Die pflegt mir nicht mal weg. Ist das jetzt die, die hier oben? Ne, doch. Und meins. Danke. So. Komm mit. Ja, die ist stinkig jetzt. Ähm. Hä? Wo ist sie denn? Sollte sie nicht im Inventar... Wo ist sie denn hin? Habe ich das verpasst? Ist sie wieder nach oben geflogen? Äh. Jetzt klebt die an mir, oder was? Na, super. Ich habe die gar nicht im Inventar. Na, super. Könnte ich die trotzdem irgendwie abgeben? Warum? Ne. Oh, klasse. Ey, top. Scheiße. Wie will ich denn jetzt wieder los? Ich muss ich zusammenbasteln. Die, 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 die hängt schon an mir. Verdammt. Hätte ich vorher Handschuhe anziehen sollen, was? Was? Äh, und nu? Ernsthaft jetzt? Was? Oh, Jungs. Mach mich nicht fertig. Okay, der Klebstoff hat sich erledigt. Waschen. Ja. Probieren wir es mal aus. Irgendwas wird schon passieren hier. Und nu? Oh, Mann. Oh, mein Gott. Wie blöd, ey. So war es aber auch, ey. Auf den Bolzen muss man erst mal kommen. Wofür habe ich jetzt diese Boxhandschuhe an? Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, auf den, auf die, also ganz ehrlich, das ist sowas von absurd. Haben wir sie jetzt? Ne, einer fehlt noch. Ne, ja, beliebte Lüben. Palim, palim. So. Okay. Mit dem Futter können wir mal noch irgendwas machen. Ja, warte, komm. Stinkt halt ein bisschen. Was soll's. Kannst dich ja waschen. So, da sind wir dann durch. Der Safe geht immer noch. Okay. Was, wie kann man das denn miteinander kombinieren hier mal? Er muss doch irgendwas sinnvoll gehen. Okay, gucken wir noch mal. Ob wir hier irgendwas übersehen haben? Ne. Was? Ja, das ist das da oben. Ne, ne. Hier ist nichts mehr. Wenn ihr mich fragt. Dann gehen wir da nochmal ran. Gucken wir mal eben. So. Also wir bräuchten diese Maus. Ne. Die hier. Kombiniert mit... Mit der hier. Das würde passen. Aber wie kriege ich die beiden denn miteinander? Kann ich die da einfach rüberlegen? Wie? Äh, äh. Das lässt du nicht zu, oder was? Nase. Kann ich da vielleicht zwei Mäuse rein drücken? Geht das? Moment. Die passt. Und jetzt müsste irgendwas anderes darüber noch. Ja, alles klar. So. Genau. Und das war's doch dann. Jetzt kommt der hier. Und die hier. Ja, scheiße. Was? Ich würde es doch wieder rausnehmen. Darf ich nicht, oder was? Warum denn nicht? Was hier vielleicht? Ja, die Dose. Jetzt sehe ich es auch. Also ich habe es aber erst gemacht und dann gesehen. Mano, 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 mano. Jesus. Okay, endlich. Ja, ja, ich weiß. Erst in die Hand nehmen und dann reinpacken. Sind wir jetzt durch? Können wir aufhören hier? Kriegen Dankeschön oder so? Oder steh mal auf da? Hä? Was? Was kann ich denn da nehmen? Warte, was? Was ist denn das hier überhaupt? Ah, ich will die Sprechblase haben nochmal. Gib mir die Sprechblase. Ich will... Ja, okay. Ja, ja. Wir spielen damit rum. Oh, die guckt aber streng. Äh, guten Tag. Frau Spinne, war ich zu langsam? Was? Die Milch ist schlecht geworden. Oh, ich habe mein Inventar verloren. Warum? Äh. Geil, Ameisen mit Gasmasken. Genau mein Geschmack. Wahnsinn, der Hammer. Ich glaube, ich spinne. Ah, endlich ist der Ventilator aus. Cool, eine kleine Fernbedienung. Und nun? Gucken wir nochmal. Ja, nein, darf ich nicht. Lass mich durch. Och, Nase. Was hat Nighty denn schon wieder? Hat der Nightbot eine C-Schwäche? Oh, wo geht's nie lang? Ach, du Schande. What the... Nee. Watt denn? Ja, nimm doch. Ja, watt denn. Ich erkenne Follower-Sounds, wenn ich sie höre. Das ist einer. Nee, okay. Ich kann, keine Ahnung. Ich kann mit ihm nichts machen. Warum auch immer. Total traurig. Aber sie werden nie zueinander finden. Äh. Gott, ist das verwirrend hier. Oh, was zu essen. Oh, das macht einen wahnsinnig hier gerade. Mann. Ja? Wo bin ich denn? Ja, was denn? Ja, er hat es kaputt gemacht. Ist doch cool. Was will ich denn hier? Ach, da unten bin ich bei den Ameisen. Die beiden Ameisen da. Ja, ich denke schon. Äh. Äh. Na? Ob ich den unbedingt anschalten wollte? Aha, ich kann ihn wieder abschalten. Sehr schön. Was denn damit? Was? Eine Fliegerbrille? Tatsache. Die will ich auf jeden Fall haben. Okay. War es ein alter Polizist oder? Und das sind seine Aufzeichnungen? Dann kann ich aber nicht wegnehmen, weil die Couch damit stabilisiert ist. Wow. Foto. Stimmt. 20 Minuten. Hast du recht. Ach, ist es jikes. Stimmt. Jetzt sehe ich es erst. Gehen wir gleich drauf ein. Wo sind die beiden mit den Gasmasken hier? Und was ist das denn für ein Hund? Das erfahren wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich finde es geil, das Spiel. Macht voller Aune. Okay. Ziemlich schräg. Aber lustig. Und wie man so ganz ohne Texte auskommt, finde ich mal toll. Gut. Das nenne ich ein Feuerzeug. Ich wollte sagen, das ist mal Laufen. Da kommt ein Boller ja nicht mit. Aber ich würde sagen, ich kann das Rohr da oben noch drehen. Wie ihr seht. Das sieht doch Spaß aus. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.